Mit Kampfsport gegen Gewalt. In Trierzeven, da schlagen die Kinder der Grundschule ganz ungewöhnliche Wege ein. Mit chinesischer Kampfkunst sollen die Schüler lernen, ihren Körper zu beherrschen. Und das nicht, um neue Kämpfe an deutschen Schulen zu formeln, natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wing Chun, so heißt die Kampfkunst, soll vor Gewalt vorbeugen. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber ohne zu lachen. Nochmal. Ganz laut. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Lassen Sie uns in Ruhe. Wir haben konkrete Fälle, wo Kinder zu uns kommen, die gemobbt wurden, die an Schulen gemobbt wurden oder auch im privaten Bereich. Wir haben Fälle von Happy Slapping Opfern, dass also jemand mit der Kamera aufgenommen wurde während einer Verprügel-Szene oder Prügelei. Und das Ganze ins Internet gestellt werden sollte. Und diese Kinder kommen zu uns mehr verängstigt oder mehr eingeschüchtert. Und relativ schnell kommen sie aber dann aus sich raus, wenn sie in sicherer Umgebung merken, dass sie Möglichkeiten haben, dass sowas in Zukunft nicht wieder passieren wird. Auf dem Stundenplan Grenzen aufzeigen, Hilfe holen. Der Lehrer, Wing Chun-Trainer Konstantin Mock. Ihm geht es als erstes darum, die kindliche Wahrnehmung für die Gefahr zu schärfen. Schuldirektor Günter Hagelauer hat das Projekt angestoßen. Er will seine Schüler schließlich stark machen. Es gibt an unserer Schule Gewalt. Es gibt, denke ich, an jeder Schule Gewalt. Die gewaltfreie Schule wird man vielleicht mit einer Lupe suchen müssen. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht zu den Schulen gehören, wo schwerpunktmäßig Gewalt ausgeübt wird. Es gibt hin und wieder Gewalt. Aber wir wollen ja vorbeugen. Wir wollen die Kinder auch stark machen gegen Gewalt, die nicht in der Schule passiert, die im alltäglichen Leben passieren kann. Ich halte jetzt mal hier so fest und du zeigst mir mal, wie du mich wegschubst und dann loskommst. Bei Übergriffen der Erwachsenen sind die Kinder meist gar nicht über ihre Grenzen im Klaren. Hat das funktioniert? Nichts. Stopp, das Spiel ist zu Ende. Das Lachen hier eher reine Verlegenheit. Viele Erwachsene gehen hin und erzählen Kindern, sie könnten sich einfach selbst wehren. Sie könnten körperliche Techniken anwenden. Sie könnten einen Tritt zwischen die Beine machen oder sich aus dem Griff raus befreien. Und das geht einfach für Kinder nicht. Die sind zu schwach, die sind zu klein und die müssen erst mal lernen, dass sie das Ganze mit Strategie lösen müssen. Und meine Arbeit befasst sich damit, aufzuklären und den Kindern spielerisch eine Methode an Jan zu geben, sicher aus diesen Situationen rauszukommen. Gewalt ist alles, was ich nicht mag, aber jemand trotzdem mit mir macht. Okay, super gut. Der 11-jährige Ken Laudor geht zwar nicht mehr zur Grundschule, aber er ist gekommen, um dem Trainer als positives Beispiel für die Arbeit mit Wing Chun zur Verfügung zu stehen. Es ist eine Riesenfreude, mit Kindern zu arbeiten, vor allem wenn sie aus einer schüchternen Situation kommen, wie jetzt eben beim Ken gesehen, der also auch eine Geschichte hinter sich hat, die schon bilderbuchreif ist, wo also auch Misshandlungen stattgefunden haben an der Schule, wo das Kind zum Arzt gebracht werden musste und wie ein Junge, der so schüchtern ist, in der Lage ist, sein Selbstbewusstsein wieder zu entwickeln und dann merkt, er hat Möglichkeiten, dass ihm das nicht nochmal passiert. Wenn ich mal bedroht werde, dann kann ich mich auch wehren. Und deshalb, früher habe ich immer, naja, war ich total ängstlich gewesen. Lassen Sie ihn in Ruhe! Und der Unterschied zwischen ihm und den Grundschülern ist deutlich. Lassen Sie mich in Ruhe!